Wie ist es für mich Synchronsprecher zu sein? Für mich ist es super Synchronsprecher zu sein, weil ich aber auch relativ erfolgreich bin. Wie wird man erfolgreich? Wie wird man Synchronsprecher? Im Grunde braucht man eine Schauspielausbildung. Denn wir sagen ja die Sachen nicht nur auf, wir spielen die Sachen. Es ist Teil des Schauspielerberufs Synchronsprecher. Man darf keine Dialekte oder Akzente haben. Man muss Hochdeutsch beherrschen. Das Tolle am Synchronsprechen ist, dass man natürlich bei ganz großen Hollywood-Produktionen dabei sein darf, wenn man die Rollen bekommt. Außerdem ist das Schöne, dass die Stimme ja nicht preisgibt, wie man optisch aussieht, wie man körperlich gebaut ist. Dadurch kann man ganz unterschiedliche Rollen bedienen, die man vor der Kamera sonst nicht bedienen könnte. Also, wenn ihr Synchronsprecher werden wollt, viel Glück!